Hallo und herzlich willkommen zu Galacti... äh warte mal verdammt. Hallo und herzlich willkommen zu GalactiCraft. Ja genau. Mit unserer männlichen Stimme und übrigens ich schneid das jetzt nicht raus um dich bloßzustellen. Dankeschön. Damit jeder weiß dass du eine kleine fette Tunte bist. Also falls ihr es noch nicht wusstet, also der Tobias der ist ja mega fett. Ja, also ich habe sehr viele Probleme mit meinem Gewicht. Ich wiege fast 340 Kilo. Alter, jetzt übertreib mal nicht. So wenig wiegst du jetzt auch nicht, okay? Ja, dann untertreibe ich doch. Nee. Also wisst ihr, ich bin notorischer WoW-Zocker und sitze quasi die ganze Zeit an meinem PC und fresst auch nur Fingerfood und Chips. Ja, und das tut ihm immer im Herzen weh, wenn ich ihn dann anrufe, dass er eigentlich... Ja, und dann muss ich auch mal zu essen und das finde ich echt scheiße. Oh mein Gott, das ist tatsächlich... Hey, wer hat es auf die Plattform geschafft? Mann, man, 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 so ist es auf der Plattform gespawnt. Ja, wieso ist hier kein Licht, man? Was soll das? Wer hat den Wert der Plattform erlaubt, hier nicht ausgeleuchtet zu sein, ha? Wer? Sag mir, wer? Deine Mutter. Also ich habe ja nochmal eine Solarzelle. Soll ich die jetzt eigentlich so platzieren, dass die mal Energie für uns macht und nicht für den Query? Ja, meinetwegen eine oder so, weil das wird sich wahrscheinlich eh schnell füllen, Schatz. Haben wir dann noch Silberkabel? Ja, ne. Cool. Wobei Kupferkabel, glaube ich, reicht. Alter WCF, Mann. Sauwetter. Ja, echt so, mega unnötig. Hätten die Folge jetzt nicht starten sollen. Ja, klare Sache, klare Sache. Funktioniert mal wieder nicht mit der Query. Egal, ich... Ich krieg das jetzt hin, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Was meinst du denn, funktioniert nicht? Die Query... Oh, jetzt hat sie aufgebaut, jetzt hat sie endlich aufgebaut. Ich weiß nicht, das braucht eine Weile, bis es in die dritte Dimension auch eine Fläche spawnt und nicht nur eine Linie. Boah, wie ich mich gerade artikuliert habe, meine Friends. So, äh, muss es eigentlich ein ganzer Käfig sein oder reicht es, wenn nur eine Seite, nur eine Fläche, eine Bodenfläche und eine senkrechte Fläche ist? Wenn du meine geometrischen Angaben verstanden hast. Hässende? Oh, es hat funktioniert, ich bin doch der Query-Boy. Wir brauchen Silberkabel. Ja, dann habe ich ja schon festgestellt, dass man das nicht umändern kann. So, wir holen ganz kurz uns die Landmarks und dann lassen wir das Ding schon bauen, ne? Und nebenbei schnappe ich mir noch kurz... Wie? Wie bist du da hochgekommen, hä? Wie? Aha, jetzt weiß ich, wie er da hochgekommen ist. Der liebe Tobias hat mal wieder einen seiner Kackstifte in die Landschaft gepflanzt, sodass jemand schön unsere zwei Blockmauer überwinden kann. Ach was, das war doch nicht. Das war der Zufall, ne? Also... Ja, klar. Das war die Strafe Gottes, ne? Aber tausendprozentig. Wieso habe ich das ungute Gefühl, dass dieses Kabel mich trollen will und dass es nicht abgeht? What the hell, wie lange braucht der, um so ein blödes Kabel wegzumachen? Du meinst das Universal Kabel? Es hat eben einen enormen Gesichtshörtegrad. Ey, was soll das, was soll das, Mann? Wieso geht das Teil nicht weg? Hallo? Ich sag ja, es hat ein Gesichtshörtegrad. Kann es sein, dass man das Ding irgendwie drehen muss? Die Solar Generator hat es nur zu einer Seite irgendwie in Ausgang? Es hat nur zu einer Seite in Ausgang, ja. Ah, wie unnötig. Und wie platziere ich das dann? Geh weg von mir, du homo-fürst des Schreckens. Platzier es mal so, dass es hier ist, da wo du draufstehst gerade, du homo. Oh, super. Also es dreht sich quasi dahin, wo du nicht hinschaust, genau. Genau. Okay, und weil es gerade dusche ist, kriegen wir keine Energie, oder was? Wir schlafen mal einfach, ja. Ja, du hast recht. Hoffentlich hört es dann auf, aber meistens hört es dann nicht auf. Und ja, der Tobias ignoriert einfach, dass unsere netten creepy Nachbarn durch die Türe rein kommen, wenn er sie nicht zumacht. Oh, verdammt. Na ja, vielleicht ist trotzdem aufgehört zu regnen. Nein, hat es nicht. Oder? Gott! Hat doch aufgehört. Es ist ein Wunder! Ein Wunder ist geschehen! Volker von Cheat ein glattes Aufhört zu regnen. Ein Wunder ist geschehen! Ich habe gerade zu Gott gebetet. Ich habe gerade zu Gott gebetet. Ich bin mal eine Runde Lame und gebe den Cheat ein. Nein, der Cheat, du weißt schon mal, was der Cheat ist. Was? Der Cheat. Hässendel? Ja. Ja. Tütehutgas. Ah, Tütehutgas, natürlich. Der Klassiker. So, Scheers. So, wir werden einfach mal nochmal ganz kurz hier durchhacken. Ja. Und zwar richtig hier, also extrem quasi. Schäfer Simulator Xtreme quasi, ne? Schäfer Simulator 2000. Äh, 365. Und, ach, ja, ihr kommt hier nicht raus, ne? Ihr seid Sklaven bis zum Ende eures Lebens, ja? Also, ne? Rechnet einfach nicht damit, dass ihr erlöst werdet. Dumm gelaufen, ne? Dumm gelaufen. Wieso bin ich eigentlich immer im Cheat Mode, wenn ich eine Folge anfange? Jedes Mal, weil ich, weil ich ein Ding mach, weil ich immer in meiner Tutorial-Welt bin und die Tutorial ist vorbereitet für euch undankbare Abonnenten. Nein, Spaß. Ach, ja, die undankbare Abonnenten-Theorie. Die ist wirklich, also die ist wirklich, ja, wirklich undankbar, sowas. Boah, das sieht echt schon richtig technisch aus, aber ich find's blöd, dass das Kabel... Du weißt, dass auf dem Krami keine Kiste platziert ist und der alle Items in die Luft schießt, ne? Ja, natürlich, das ist doch eh nur blöde Erde. Ja, gut, jetzt hab ich ne Kiste platziert. Also, pass auf, wir machen das jetzt ganz professionell. Profes... so... All the professional. Quasi, ne? Hm? Weißt, wie's läuft. All the professional. Wie macht man ne Pressure Plate? Bist du jetzt blöd, oder was? Ne, bin zu do... äh... Das ist aber nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich würd es dir jetzt nicht sagen. Scheiße. Aus Clean Stone, deswegen. Oh, du Vollidiot, man. Ich geh dich hier hängen, man. Du bist vollid... Nigde. Nigde. So, also es klappt einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, diese blöde... dieses blöde Compressor-Gedöns-Teil ordentlich zu platzieren. So, wir platzieren es einfach mal so hässlich wie möglich. Einfach in die Landschaft reinzimmern, so macht man das ja. Professionell, einfach als Let's Player. Einfach irgendwie ne Scheiße bauen und dazu scheiße reden. Oh, ich so ein Idiot. Du redest scheiße und baust Scheiße. Ja, genau, das hab ich doch gesagt. Und es addiert sich auf und... Und was rauskommst du mit Scheiße? Also seht ihr, das ist wie in Mathematik, ne? Plus und Plus gibt Minus, ne? Ist ja klar. Ja? Also versteht ihr, was ich meine? Du bist so ein Idiot. Mein Gott. Wahrscheinlich die anderen. Du Spust, Leute. Plus und Plus gibt gar nicht Plus, das gibt durch. So, Osmium haben wir auch hier. Ich tue mal wieder so wie in jeder Folge. Einfach zu unseren Ärzten sprechen und sie anbeten, dass sie sich doch bitte vermehren sollen. Und wieder einmal wird es nicht funktionieren. Genau. Ein Fehlschlag. So, das ist ungefähr das richtige Verhältnis. Drei zu sechs, ja? Also sechs Eisen zu drei Gold ist immer ein gutes Verhältnis. Würde ich echt machen, so. Ich mach nochmal, ähm... Ich lauf nochmal sinnlos in der Gegend rum. Ich mach einfach eine Electric Furnace hin. Warum sollte ich sie nicht hin machen, ja? Also ganz einfach, ganz einfache Themen besprechen wir hier, ne? Kann man auch im Haushalt gut gebrauchen, so eine Electric Furnace. Macht sich gut, aber ich glaube, wir sollten echt mal irgendwann aufrüsten auf eine Heißluft Furnace. Die ist nämlich effizienter. Heißluft produzierst du gerade und zwar jede Menge. Ja, und? Dafür ist dein... Kommentierst dir gar nicht vorhanden, ne? Zeig dich mal von deiner Schokoladenseite. Ja? Du maximalpigmentierter du. Also er ist ja nicht nur... Es ist ja nicht nur drei Cent erschwer, ne? Der ist auch maximal... Maximal. Also erstens, ich bin... Ich bin schwarz, ja. Ja. Aber hallo, du. Richtig schwarz, du. Richtig, du. Richtig schwarz, ja. So schwarz. So richtig schwarz, ne? Also wir reden... Außerdem, wie gesagt, ich wiege noch 5 Cent, ne? Und außerdem bin ich 1,50 Meter groß. Ja. Wieso? Wieso ist mir gerade ein Gesicht bei der Beschreibung? Gott geschossen. Warum? Okay. Ja, gut. Wir wollen jetzt nicht uns... Privatgeschichten erzählen. Privatgeschichten erzählen, genau. Das ist... Das könnte sich vielleicht auch jemand beschweren, der bei uns auf die Schule geht. Da sieht es bestimmt ganz locker, ne? Er sagt einfach... Ja, wo... That's life, my friends. That's life. That's how life works. Oh yeah, man nigga. Du musst einfach um ihn rumrennen und sagen... Nein, 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 eher egal. Wir sprechen zu was anderes. Wir diskriminieren hier keine Leute, ja. Das ist Werbung. Wir haben dafür... Der gibt uns dafür Geld, dass wir ihn in unseren Videos erwähnen. So populär... Wir promoten ihn, ne? Ja, genau. Der hat übergessen einen, äh... einen YouTube-Channel. Hat er... Hat er einen YouTube-Channel? Weiß ich gar nicht. Bitte nichts. Bitte sagt mich, dass er... Ich würde ihn zutrauen. Das geilste wär so, wenn er... von seiner Beauty-Videos machen würde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wäre einfach nur so Hammer. Oh, okay. Ihr findet es jetzt nicht lustig, weil ihr nicht wisst, über wen wir reden, aber... Wenn ich jetzt da ein Bild reinstellen würde, dann würde ich euch einen Arsch ablachen, aber ich lasse es besser. Ja. Das ist einfach... Darüber lacht man nicht über sowas. Ja. Das ist einfach... Darüber lacht man nicht, ne? So wie wir... Nehmt euch... Nehmt euch ein beispiellos an... Warum bist du jetzt da reingelaufen? Du weißt, dass du nicht mehr hochkommst. Du hast dich Solarzelle weggemacht. Ja, weil die falsch platziert ist, du... 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 So. Ja, wir... Wir machen halt noch ein Kabel dran. Ja, aber wieso denn? Ich hab's auch extra vorgesehen, dass es an der Oberfläche ist. Okay. Dann platzieren sie mal. Ja, ich kann Lateinus-Sprechos. Ja. Ja, du Glücksbild. Ich hab Französisch. Ich hoffe, dass es mir grad abgekauft hat. Nein, ich weiß, dass es kein richtiges Latein ist. Okay. Das wär zu... Das wär so erbärmlich. Okay, warte kurz. Wir... Ah, okay. Wir benutzen einfach das Copper Wire, dann können wir das Silver Wire auch noch weiterverwenden. Schau, wir benutzen einfach das Copper Wire, um unsere... N-O-D quasi einzuspeisen. Genau. Ach, du hast es also wirklich mir von den Lippen abgelesen. Ich denke, wir haben wieder eine gute Folge gerade am Laufen. Und... Ja, aber was machen wir da mit dem Silver Wire, was von dem Coal generiert oder hochgeht? Ja, da machen wir auch einfach Copper Wire. Also, geh mal weg, du. Du stehst im Weg. Mann. Wie weißt. Ich stehe im Weg, wie so ein kleiner... Das coole ist, wenn man das Silver Wire kaputt macht, ja, dann bleiben... Da kommen Kupferpartikel raus. Klar. Ist doch logisch, oder? Ich mein... Ich meine... Hey, ich mache jetzt hier das Glas kaputt und wer als erst da reinfällt, ist ein Opfer. Oh mein Gott, wir hätten das Fall gar nicht machen müssen, ne? So. Ich glaube, es ging ja auch an. Also, ich versuche es mal ganz kurz, so wie ich eigentlich früher geplant hätte. Ja, mach's doch jetzt einfach so. Warte, geh weg, du! Oh, schau, es geht doch. Ich wollte schon wieder, ja, äh... Eskalieren, ne? Eskalieren, ja, so wie Excalibur. Wieso kommt jetzt in die Batteriebox keine Energie von der Solarzelle da oben? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie nicht angeschlossen ist, hm? Ja, das könnte sein. Oder vielleicht geht es mit normalen Kupferkabeln nicht, weil man ja irgendwie diese Universal-Gedönsel-Kabel braucht, hm? Schon mal daran gedacht? Nein, das Kupferkabel, da fehlt einfach ein einziges Kupferkabel. Also, ich habe ja noch ein Kupferkabel, ne? Dann gib's mir mal hoch, wenn's geht. Ja, nö, also, ich platziere das jetzt selber, ne? Ey, warte mal kurz. Du könntest da auch irgendwie ein Loch reinreißen und dann quasi da so eine Trapdoor reinhauen. Dann könntest du immer einfach ins Wasser reinspringen. Dann brauchen wir nicht über die blöde Türe, äh, Türe, Treppe natürlich zu benutzen. Boah, es funktioniert. Ja, äh, 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 äh. Ich hasse es, wenn man auf diese Solarzelle stecken bleibt, Mann. Ich hasse es auch. Komm, bau doch so ein, so ein, boah, schau sich das an. Die haben sich verbunden. Also, das ist ja wirklich, also, das Spektakel dieses Jahres. Und, äh, die gehen ja wirklich ab, du. Die gehen richtig ab, so wie Abdul, ne? So. Abdul, der Klappstuhl. Oh, da ist Silber, da ist Silber. Komm, meines, meines, mein Sohn. Meines. Meines. So, da ist, ach, das war nur Sinn. Ich glaube, wir steigern, nein. Da war nur Sinn. Ich glaube, ich habe mich zu sehr reingesteigert. So, und, und, die laufen nicht wirklich so schnell. Ja, ungefähr so schnell wie mit zwei Engines. Vielleicht sogar ein bisschen langsamer. So, ich blaze mal kurz den Pulverrazor. Äh, 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 äh. Und ich, äh, ich glaube, so behindert waren wir echt noch nie in der Folge. Wieso? Äh, 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 äh. Okay, also. Warte, warte. Gib mir mal, gib mir mal das, äh, äh, warte mal, das Universal Cable. Universal Cable habe ich doch bereit für dich. Und den Pulverizer. Hier, warte, Pulverizer hier für dich. Alles für dich. Wir müssen mehr Universal Cable machen, aus Osmium und Redstone. Das ist mal einfach zu machen, ne? So. Osmium und Redstone. So denke ich gerade an Bibi und Tina. What the hell? Weil deine Stimmqualität gerade weiß ich scheiße war. Ja, das lag wahrscheinlich daran, dass mein Internet gerade, äh, oder deins? Ja, genau so gut. Ja. Deins, das war deins. Eindeutig. Also, Leute, ihr habt's gehört, ihr habt's gesehen, ne? Der hat gerade ganz kurz für eine Sekunde, für einen Bruchteil, eine Sekunde gelegt. Ihr müsst euch das wirklich anschauen. Im Video. Ich hab, ich hab wirklich nen Beweis dafür, ne? Äh, ich hab nen Beweis dafür, dass sein Internet schlecht ist. Hä? Wieso? Was? Wieso verbindet es sich nicht? Hallo? Mein Friend. Du sollst sich verbinden. Was? Du hast den, das rote ist der Eingang, nicht der Ausgang, ne? Nein, da gibt's keinen roten Eingang, du Lauch. Wieso geht das in diese Richtung, what the hell? Ich glaub, ich muss ihn mal neu platzieren. Es sollte eigentlich, das ist ein Fakt, sollte nicht so sein von der Textur. Eigentlich. Wir schlafen mal kurz, bitte. Jaja, jetzt tut er schon wieder betteln hier, ne? Jetzt ist er wieder am Winseln, der kleine, der arme, kleine AXX, ne? Also gut. Wir gehen hier mal ein bisschen, äh, ein bisschen, brauchen wir ein bisschen hier Schmuse-Action, ne? Wollen wir nicht mal die Betten zusammenschießen? Komm, ich würde dich einerden. Ich bin aus dem Bett gefallen. Ey, du bist so ein Wichser, ich seh, wie du dich einerdest. Warte, gleich können wir schlafen. LOL! Guck mal, wo ich jetzt rausgekommen bin, als ich auf dem Leaf-Bett geklickt hab. Also ich schlaf gerade, ne? Was ist los mit dir? Ich bin rausgekommen. Lass doch die Erde da stehen. Komm, komm rein jetzt. Komm, lass schlafen, ne? Hier, ich hab's dir gemütlich gemacht. Ich hab ein Häufchen. Ich bin schon wieder aus dem Haus aufgewacht. Guck doch. Ich bin draußen. Hallo, das benutzen wir jetzt als Teleportation. Einfach einen Block drüber, dann wird man aus dem Haus rausgespawnt. Das ist doch cool. Dann musst du nicht durch die Türe gehen. Einfach rein und Leaf-Bett. Dann bist du gleich auf der anderen Seite. Das ist doch eine geniale Idee. Okay. Also, das ist unser Patent, ne? Nicht, dass wenn ich's irgendwelche anderen YouTuber machen sehe, dann ist es nicht gerechtfertigt, ne? Okay, er benutzt schon. Also, ich hab jetzt hier eine... Configuration? Alter, was geht denn... Was ist denn das hier für ein GOI-Zeug? Das ist ja mal übertrieben. Alter, das ist ein richtig fettes GOI. Aber schau euch, welche Energie der bekommt. Da gibt's sogar Tutorial. What the hell? Ja, das ist halt stabiler. Das ist mal nice. Also, das ist wirklich... Die besten GOIs kommen von Thermal Expansion. Das ist echt so. Vor allem, weil du die Aus- und Eingänge ändern kannst. Auf allen Seiten. Ohne so ein Ranch, sondern auch direkt im GOI. Und jetzt vervielfachen wir unsere Ortser hier. Okay, das muss ich gleich mal zuschauen. Warte, 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 warte. Ich will zuschauen. Warte, ich komm gleich in unser Badmobil. Fuck, der braucht nie zu viel Energie. Okay, es geht doch. Ist doch egal. Also, der ist so verdoppelt, der das quasi. Also, wow. Pulverreizeise. So geht es. Jetzt seht ihr mal hier, ne? Ja, so seht ihr mal. Also, jetzt hab ich euch alles gezeigt. In den gameslot gibt er, glaubt, Schlacke rein. Schlacke. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Schafe endlich wegbringen. Ich hab nämlich keine Lust mehr auf die. Die sind echt... Das sind echt Haslo-Schafe, ne? Muss ich das mal hier konfigurieren? Und ich mach mal, ich mach schon mal die Startdinger für die Galacticraft. Ah, ne, mach ich doch nicht. Das machen wir dann alles in Folge 20. Da prügeln wir es einfach so dermaßen durch. Glaubst du, glaubst du es ist ein reales, also ist es ein reales Ziel, dass wir es schaffen? Ne Galacticraft? Ja, bitte. Auf alle Fälle, ne? Ja, muss ja sein, ne? Muss ja sein. Also, ich mach jetzt noch mal ne Solarzelle. Ja, und ich geh jetzt erstmal in die Schafe und Playzellen. Und dafür brauche ich ganz viel Koblenz-Stone. Denn ich hab keinen Fans, beziehungsweise ich bin zu voll, jetzt ist ganz viel Fans zu machen. Ach, weißt was? Weil wir längst grad ein bisschen. Wow! Wir übertrieben viel Erde wir haben. Erde ist natürlich besser dafür geeignet. So, wir nehmen einfach mal ganz viel Erde, Freunde. Und wir haben kein Osmium in Gordon mehr oder fast keins mehr. Ach, wir brauchen sowieso die ganze Erde jetzt wahrscheinlich. Die ganze Erde. Yeah! Okay, so. Nur ganz kurz hier auffüllen. Wir wollen ja hier nicht unsere Ordnung durcheinander bringen. Und jetzt geht's auf die Zaufdi. Und wir machen uns mal ran, ne? Also, hier bei der RTL Niveau Show, wo der Hammer hämmert, hämmert der Hammer. Ne? Hahahaha. Alter, Mann. Gelabert so viel Scheiße, Mann. Da hab ich ihn wieder einfach aus den Ärmel rausgezogen, du. Der Witz. Nein, den folgenden Namen. Hoffentlich erinnere ich mich dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Immer mal, als er da hört, Hermann. Ah. Wie leckt es bei mir gerade richtig fett, Mann. 9, 10, 11. Äh. Zum Glück weißt du, wer sich darum nicht kümmert. Also. Ja, das ist aus der Kupferkabelwerbe. Das kannst du. Ach ja? Bist du dir sicher? Joa, jetzt hat's das GUI erst geöffnet. Aber, das macht nichts, weil jetzt ist sowieso Schluss, Aus, Ende, Basta. Ja, warte noch kurz. Ich brauch noch eine Minute. Ich warte so lange, wie die Kiste braucht, um geöffnet zu werden, damit ich meinen dort reinlegen kann. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich hör dich ja gut zählen, ne? 8, 9, 10, 10. Also der Tobias, der bietet euch echt wirklich was. Also so einen schönen Lag, ne? Das will ja jeder mal sehen. Guck doch mal, die Kiste ist noch offen. Was hat das denn für einen Style hier? Aber ich mein, ich biete euch auch nicht viel mehr. Wir machen hier irgendwie mit Dreck eine Brücke. Ja, hallo. Ja gut, aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, ich werde es jetzt einfach fertig nochmal und dann sehen wir uns hier, ne? Ihr wisst ja, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.